Seid gegrüßt zum Osterfeste! Ostern ist das höchste Fest in Christi. Wisst ihr, wie die Terminierung des Osterfestes zustande kam? Dann hört! Die jährliche Osterfeier findet mal im März und mal im April statt. Die Kirche hat festgelegt, dass Ostern auf einen bestimmten Sonntag fällt, nämlich dem ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn. Somit ist der 22. März der früheste und der 25. April der späteste Termin. Da Christi Himmelfahrt und Pfingsten vom Osterfest abhängen, gehören auch sie zu den beweglichen Feiertagen. Die Dauer der Osterzeit geht somit bis Pfingsten. Biblisch gesehen gehört der Ostermontag zum Ostersonntag. Ostern Ostern ist das höchste Fest der Christen und der zentrale Glaubensgrund der christlichen Religion. Denn mit der Auferstehung Jesus Christus wird der Glaube an ein Leben nach dem Tod begründet. Am Ostersonntag ist Schluss mit Kummer und Klagen. Denn da feiern die Christen die Auferstehung Jesu. Nach der stillen Karwoche, nach den stillen Kar-Tagen. Nach dem Matthäusevangelium im Neuen Testament wälzte ein Engel den Stein vor dem verschlossenen Grab zur Seite. Und es wurde ein leeres Grab gefunden. Ostersonntag ist das Ende der Passionszeit. Nach Erlösung seiner Leiden kehrt Jesus wieder heim zu seinem Vater und Gott. An diesem Tag läuten allerorts in den Morgenstunden die Kirchenglocken. Und das Osterfeiern beginnt. Am Ostermontag begegnen die beiden Jünger, die vorher Zweifel an seinem Tod hatten, Jesus. Und beim Brechen ihres Brotes erkennen die Jünger ihren Herrn. Danach verkündeten sie mit großer Freude. Der Herr ist auferstanden. Ich wünsche euch allen ein schönes und gesegnetes Osterfest. In Liebe, Derea